Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir haben eine weitere Map-Modifikation für Star Wars Battlefront 2. Und zwar geht es diesmal um den Planeten Tenalor aus Star Wars Jedi Survivor. Ich bin ja mal ultra gespannt, wie sie diesen Planeten hier umgesetzt haben, denn in Star Wars Battlefront 2 ist der natürlich nicht drin. Ihr wisst Bescheid, Map-Modifikationen meistens sehr schwer und ihr seht eventuell schon, der hier ersetzt Agent Closs grundlegend. Aber man sieht schon, es wurde einiges verändert. Hier fehlt alleine schon die Tente vor drin. Da vorne ist auch irgendwie so eine Art Tor gebaut worden. Ich werde hier mal so ein paar Bilder einblenden, wie das Ganze in Jedi Survivor aussieht. Ihr könnt dann gerne mal so ein bisschen schauen, ne, im Vergleich, wie das hier ausschaut und wie dann bei Jedi Survivor. Ich finde, auf den ersten Blick sieht es doch echt ganz cool aus und ich bin riesiger... Oh, das ist ja cool mit so Türmen. Ich bin ja immer riesiger Fan von Map-Modifikationen, Leute. Weil was bringt einem mehr Spaß quasi oder mehr, ja, Abwechslung rein, als nochmal neue Maps irgendwo. Auf den ersten Blick hier natürlich erstmal alles lila gemacht oder halt so ein Pinkton. Passt aber natürlich echt gut. Ein bisschen komisch, dass man jetzt hier Widerstand gegen erste Ordnung spielt. Das passt eigentlich irgendwo gar nicht, ne? So, wir nehmen mal den Sprungtruppler, um uns ein bisschen schneller umzuschauen. Aber es wurden hier auf jeden Fall irgendwelche Strukturen reingebracht, die das Ganze eigentlich ganz gut umsetzen, ne? Die Türme sehen auch echt cool aus. Sind die... Sind die irgendwie in der Form wirklich drin, ne? Also kann man blockieren die einen als Spieler oder kann man da reinrennen? Ne, die blockieren tatsächlich einen. Oh, das finde ich... Das finde ich eine geile Nummer. Na gut, wie gesagt, der Sternzerstörer. Ein bisschen out of place wirkt, das Ganze. Aber ansonsten... Ja, oh, der hat hier überall mal so ein paar Strukturen reingebracht und die das Ganze so ein bisschen tempelartig aussehen lassen. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut, weil das passt auch perfekt zu der Vorlage, die wir in Jedi Survivor sehen. Von den Pflanzen und so sieht das Ganze eigentlich auch ziemlich gut aus, oder? Vielleicht ein paar zu viele Pflanzen und Bäume natürlich, aber naja. Das ist in irgendeiner Form ganz cool. Da wäre natürlich dieser richtige Eingang, den man halt sieht, wo man dann halt quasi auch den finalen Endkampf hat. Das wäre halt echt cool. Ich glaube, das soll hier auch so ein bisschen das so darstellen, oder? Das sieht fast so aus. Gucken wir uns sonst hier mal so ein bisschen bei A um, wie das Ganze hier aussieht. Normalerweise hier mit so Tarnnetzen und sowas, ne? Umgeben. So einer kleinen Widerstandsstation. Ne, das sieht hier anders aus. Ja, grundlegend vom Boden her nicht viel verändert tatsächlich. Eigentlich, glaube ich, eher viel gerecolert, ne? Das sieht schon cool aus. Also, da kann man nichts sagen. Also, gefällt mir auf jeden Fall von der Optik her sehr gut. Wie gesagt, ist halt echt schwierig, ja, Map-Modifikationen einzubauen im Spiel. Und der hat ja anscheinend sein Bestes gegeben. Hier auch mal so, ja, hellere Farben erinnert an das Wasser auf Tarnelor. Gucken wir uns mal diese Höhlengänge an. Aber ich glaube fast, die sind relativ gleich geblieben. Ja. Das sieht ziemlich ähnlich aus. Ja, dennoch auf jeden Fall, ne? Wenn man jetzt hier so steht, sieht aus wie eine neue Map, wie ich finde. Sieht echt geil aus. Ja, aber auch hier, ne? Hier ist normalerweise auch ein Flieger. Hier ist der Falke, ne? Ich glaube, der ist halt auch einfach wegretuschiert. Ist alles durch diese komischen größeren Türme hier ersetzt worden? Die hat er sich quasi ausgedacht. Ich glaube, die gibt es so im Spiel nicht. Hier unten normalerweise auch so ein Raumschiff. Hat er ausgetauscht gegen irgendwie so ein paar Gerümpelsachen und... Boah. Ich glaube, das sind sogar Teile des Raumschiffs. Vielleicht konnte er die nicht alle entfernen. Hier ist normalerweise auch ein Raumschiff obendrauf. Ist auch weg. Sieht cool aus. Hat auf jeden Fall was Eigenes. Guck mal, auch die Bäume haben so ein bisschen andere Ranken. Beziehungsweise die Farben der Blätter sind da anders. Das ist immer cool, mal neue Map-Modifikationen kennenzulernen. Die, würde ich sagen, ist auf jeden Fall echt ganz gut gelungen. Wenn man das jetzt noch hinkriegt, hier irgendwie eventuell die Fraktion umzuändern zu Rebellion gegen Imperium. Und dann mit der Tatsache, dass man da mit Calceste spielen kann. Das gibt es ja als Modifikation. Dann könnte das Ganze halt echt ganz cool sein und ein cooles Feeling geben. Müssen wir mal schauen, dass wir das vielleicht auch mal hinkriegen. Aber ansonsten schreibt gerne mal eure Meinung rein zu dieser kleinen, aber feinen Map-Modifikation. Wie gesagt, neue Maps. Immer eine coole Sache. Bringt wieder neues Leben ins Spiel rein. Und hier die Map. Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut. Ist jetzt vielleicht nicht was komplett Neues, wie beispielsweise die Petranaki-Arena oder so. Aber zeigt auf jeden Fall wieder, was so möglich gewesen wäre. Und von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.